Lunagame.exe Es war ein Tag wie immer. Draußen war schlechtes Wetter und ich saß in meinem Zimmer und suchte im Internet nach einem interessanten Spiel. Da ich ein Brony war, suchte ich nach einem My Little Pony Spiel. Nach einiger Zeit Suchen fand ich auch eins mit dem Titel Lunagame.exe. Lunagame.exe dachte ich mir? Luna ist doch die Schwester von Prinzessin Celestia, oder? Naja, mal sehen. Ich lute das Spiel herunter. Nach knapp einer Minute war der Download bereits fertig und ich entpackte die ZIP-Datei. Eine Anwendung mit dem Namen Lunagame.exe erschien auf meinem Desktop. Ich klickte darauf und das Spiel startete. Ich sah Luna, wie sie auf Minecraft-artigen Blöcken stand. Ich steuerte sie umher. Es stellte sich heraus, dass es ein Jump'n'Run-Abenteuer war. Doch nach einiger Zeit Spielen erschien auf einmal ein gruselig lachendes Gesicht von Apple Bloom auf meinem Bildschirm. Ich schrie erschrocken auf. Man konnte eine stark verlangsamte Tonspur hören, die ziemlich unheimlich klang. Ich drückte die Escape-Taste und dazu noch alle möglichen Tasten, nur um dieses Spiel ein für allemal zu beenden. Nichts passierte. Da saß ich nun und sah in das Gesicht von ihr. Nach einer sehr langen Zeit wurde das Spiel endlich beendet. Auf meinem Desktop waren nun zwei Dateien zu finden. Ein Screenshot namens The End Is Nay. Nee, das Ende Is Nay. Worauf man Luna im Spiel sehen konnte. Und eine Texadei, die ebenfalls nach The End Is Nay benannt war. Und in der derselbe Satz stand. Ich löschtete das Spiel sofort und schwor es nie wieder zu spielen. Nach einigen Besuchungen fand ich dann heraus, dass es noch weitere und andere Teile davon gab. Ob ich sie demnächst spielen werde. Ich entschied mich einige Minuten später dazu, ein weiteres Spiel von Lulagame.exe zu downloaden. Wieder zu derselben Downloadzeit entpackte ich die ZIP-Datei und alles schien mir recht unheimlich. Als wieder das Spiel startete, wiederholte sich immer und immer wieder eine Sequenz. Wie aus dem ersten Spiel. Und wieso, ist mir selbst jetzt noch unklar. Ganze vier Male öffnete ich das vermeintliche Spiel. Und plötzlich geschah etwas Unheimliches. Mein Bildschirm ging ohne Warnung aus. Und schaltete sich danach wieder an. Das Spiel war geschlossen. Aber auf dem Desktop war eine GIF-Datei. Ich schwankte lange in der Entscheidung, ob ich sie jetzt öffnen soll oder sie direkt lösche. Ich entschied mich, diese zu öffnen, was ich im Endeffekt als großen Fehler darstellte. Und in dieser GIF-Datei war wieder dieses Bild von Luna. Sofort schloss ich die Datei. Und von meinem PC herunter. Da ich Angst hatte, dass ich irgendwie beobachtet worden bin, drehte ich mich langsam nach rechts. Und dann... ...in meinem Fenster. Da war ein Bild von dieser Luna. Blutdurchstürmend. Und auf der Suche nach Frischfleisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020